Ich bin der Fridge. Ich bin der Fridge. Ja, das ist so ein Bausigem. Ich glaube, der hat Linux drumherum am PC. Du hast Linux am PC? Das machst du ja? Solltest du deine Erschreibung so drumherum? Ja. Hey, du da drüben. Hey, du da drüben. Schau mal, wer war's. Hallo, schau mal, wer war's. Ich bin der Fridge. 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 Was machen wir drei? Ich bin der Fridge. Zwei Teams. Wir sind rot. Wir sind zwei. Fünf Teams. Können wir jetzt anfangen? Oder was? Wabli Boobie. Ja. Start, 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 start. Ja. 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 Vergesst nicht so deine Handicaps. Ja, fang an. Jetzt werde ich da ökert sein. Jetzt werde ich jetzt noch was zentig dabei. Warte, hier, mal zum Beispiel. Shoot Down. Oh das Laun. Voll so Laun. Wie braucht kein Seil rulli. Was darfst du nicht? Nein, ich hab's schon. Ich hab's schon. Aber noch nicht kurz, dann. Jetzt burst du doch angekommen, ja. Hö da. Ich kann mir sagen, dass du lauf mal... Und alles ist so lauf, ja. Huuu! Ah, besser! So! Wo geht das jetzt? Ein Volker wieder zu wagen. Scheiße! Ich hol mich gleich mal ein Fahrzeug. Bist du denn dein Käppchen? Nö, bei mir kommt irgendwas. Alter, ich bin mir ausgeräumt. Bei mir ist jemand! Tür rumfallen! Scheiße! Tostling, was haben wir? Sein Arsch! Bleib doch mal, oder? Na, das ist doch irgendwie schon. Da darfst du, Schlinger, Gegner! Warte! Ja, ja. Aber das ist für sie, dass sie nicht mehr. Ja! Führung verloren! Gibt mir, das sind great, ey? Ja, das sind great. Das Ding da? Ja! Ja! Einen einfach pfadern! Hat aber ganz heutzutage so eine Schussrate! Den war jetzt taktischen Kampf mit den Fahrzeugen! Oh, super режим! Ja, ich repreide. Ja, ich mache, ich mache. Sagen ist eins. Ja, ey, 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 ey! Ja, danke. Ja, danke. Ja, ja, ich hab's... Das ist doch die Brücke, ne? Gut. Wow, das ist doch immer auf der Brücke, immer auf der Brücke! Was ist denn das, was denn? Jetzt kannst du noch hier, oder? Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ja, oder? Jetzt sind... Aber das kann wieder fünf Schuss nicht tun. Unglaublich, oder ob der Ausfahrzeug von dem Moment auf der Brücke... Jetzt ist er wieder... Wo ist er noch? Wir gehen eh noch für mich, weil ich weiß, dass der ist heiß, oder? Da ist er noch! Wo ist er noch? Ja! Da ist er noch! Der Schiff da nicht! Da ist er noch nicht schief in Marha. Was ist er noch? Ist doch verbaut? Oh mein Gott! 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 Gell, hier ist so lang ausreichend, das ist ja unglaublich. Wir sind zu drüben hier, ja, mit Deckung her. Gibt's mir hier. Hallo? Okay, das ist doch unglaublich. Nö! Scheiße! Was, ja, ein Musikbeschiff. Aber jetzt immer zu zweit angehen, da kommen sie wieder an. Sanzenlos! Jawohl, gut! Da hinten kommt der Ander. Bist du nicht schon erschissen? Ja! 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 Wir gehen auf der anderen Seite, Nasser. Da, da hinten. Dürmer. Da hinten. Wie ne? Da unten, in der Bruch. Wow, oben ist der andere. Wie ne? Jetzt gibts denn hier, da kommst du. Gerne Fluss. Das trifft, dass die Sonnenweilen dann. Ja. Der Schlimme ist der andere. Der, der Geil einfach nicht kaputt. Und da hat er auch noch den Vorteil, dass wenn er sich in der Fahrzeuge reinkommt, dass er sich nicht so mal schützt. Irgendwann unter uns. So. So. Ja. Der war super schön. Der Geil einfach nicht. Samen ist er. Der. Was ist die Schlacht für das? Willst du es? Ja, nicht. Oh, ah! Das ist ja. Das ist ein Unglaublich! Ich kann den nicht abnehmen. Ich kann den nicht. In der zweiten Basis... Ich kann den nicht abnehmen. Ich kann den nicht abnehmen. Jetzt ist wieder ein anderer. Der schickt immer seine Schüssen für ihn. Was hat sie denn? Ich kann den nicht abnehmen. Na, Jutta! Dein Schuld ist die größten. Ja, das ist ja. Dein Schuld, ja. Der andere ist auch. Der ist hibbar, wenn der ein Fahrzeug drin hat. 3 Liter. Der kann ja nicht mehr aufpassen. Ja, ja. Das ist ja dein Schuld, oder? Das ist... Der ist dein Schuld. Ja, aber ist gut. Wer jetzt wieder schaut, ob er ein Handikörpern hat. Ja, weil wir ja gar so gut sind. Ja. Vorsicht! Schütteln kommt! Scheiße! Schütteln ist oben mit dem Ghost. Und da kann er auch noch fahren. Jawohl, sehr gut! Gut. Wow, nicht schlecht hier. Vorsicht, der kommt von der Ghost-Fahrzeug. Jawohl, schön! Wir wollen noch mal ein bisschen her, auf den Ghost-Fahrzeug. Ich hör es nicht, zurück! Gut, 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 gut! Gut, gut! Wetter, Wetter, Wetter. Da hinten, da hinten, da hinten! Jawoll! Hört ihr? Lebt der noch? Da hinten ist er noch! Schief! Lebt der noch! Jawoll, da auch! Das ist Sanse! Vorsicht, da hinten, guck mal! Ich hab nichts mehr! Der Sanse ist auch noch drin! Sanse ist in dem kleinen Loch! Jawoll, schön schön schön! Ist er groß? Ja, ist doch das! Was? Splattert! Der steht immer noch da hinten! Das ist unglaublich! Bei uns ist der Chef, der haltet mal den Schacht! Okay! Ich hab's geglaubt, dass der andere kommt! Ja! Immer alle abwand! Passt nicht! Oh, scheiße! Aber was war denn das jetzt wieder? Ja! Ja! Ich hab' mir ein Gauss-Vorzeug eingeht, der ist versteckt! Ja! 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 Jetzt fangen wir alle an, oder? Ah, wo ist er denn hier? Jetzt müssen wir uns leider so einfach machen. Er ist eine Schöne. Er ist ein Schöne. Das ist ein Schöne. Er ist ein Schöne. Der, der, ach, der will sich nicht mehr, aber ich hoffe, dass er einmal schätze ist. Da hat ein Ding im Astrum. Was gibt's denn da? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wisst ihr, wir sammeln uns irgendwo. Irgendwas sammeln und dann legen wir noch. Das ist ein Schützel. Ein bisschen zum Schütz. Das ist ein Schützel. Alter, kommt der Warthog. Ja. Das ist ein Schützel. Das ist ein Schützel. Das ist ein Schützel. Wie positiv. ich muss das lassen ja 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 Das ist der Pisser! Das nervt mich! Scheiß da! Zu dem anderen geh ich schon gar nicht mehr hin, weil ich weiß, dass ich da keine Chance habe. Und da unten steht natürlich der Tostik, weil ich eben mit den tollsten Spawn-Kollzons so weit wegfahre ich. Das ist nämlich schwer, 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 schwer. Wo ist wo der jetzt ist? Warum rennen wir eigentlich immer zu dem jetzt? Lever-Up-Day-Hall-Komber? Ich glaube, dass ihr halt jetzt tix normal ist. Aber ich sehe hier heftig und die Buss. Da bleibt der andere hier, das ist etwas die Brust. Ach. Jo, Jo. Rouu, Jamini, der passt noch ein bisschen bei K bit größerer hier. Das ist ein Schwerterführer. Jawoll, danke! Prachtweige Schwerer. Warte noch, wo ist der? Sonst wieder 2? Ja, da war es Müll. Ja, ich finde das, dass wir alle uns abgetan, eigentlich, dass wir mittlere Federn und vielleicht bloß einfach, weil ich finde, das macht sowas aus. Ich muss mir jetzt auch Oberkörper fein machen, oder was? Was? Na, ich muss was gehen. Gut, das ist schon so gut zu sehen, wie es sich hier hat. Nein, das macht mich ja. Wenn der Trommade hoch, nur um ja, du hast sie, oder? Das ist gerade eine Lippenzoll, eine Kollektive, die Lippenzoll. Okay, ich hebe mal die Ventilator ein, ich denke, da war immer der Radolfander bei der Temperatur, und bist du ja noch so aufschlappen. Ja. Ja.